Hallöchen Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft und wie ihr jetzt sehen wird, es hat sich etwas verändert. Ja, die Shader sind weg. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, hm, warum sind denn die Shader weg? Ja, liebe Freunde, ich kann euch es ganz genau erklären, also mit der Zeit jetzt geht bei mir alles in Geist auf irgendwie, bis auf das Minecraft selbst. Also, liebe Freunde, ich habe ja öfters von einer Fehlermeldung geredet, wenn ich Shader aktiviert habe, dann spinnt bei mir irgendwie der OpenGL-Driver irgendwie rum, das muss ich irgendwie deinstallieren, nochmal installieren, vielleicht auch meine Grafikkarte neu laden oder irgendwie, weil meine Grafikkarte, die versteht sich irgendwie mit dem OpenGL da nicht von Minecraft, deswegen schmeiße ich mich immer raus, wenn ich mit Shader spiele, also meistens, wenn ich mit Shader spiele, so länger wie eine Stunde, dann kommt da immer, ja, OpenGL-Driver, I have a problem with the game, Error-Code 8000, was weiß ich, und, ja, liebe Freunde, das heißt, jetzt müssen wir einfach Minecraft Classic hier weiterspielen, ohne Shader, aber ich hoffe, es ist okay für euch, wir können ja auch mal schnell hier Ressource-Packs gucken, ähm, einfach, komm, was machen wir denn rein? Ähm, Fadeful, wo ist unser Fadeful-Pack? Wet-Tags? Mh, na. Ich habe jetzt so das Fadeful 32, okay, machen wir mal Fadeful 32 einfach rein, mal gucken, wie es ist, und, och Leute, das sieht doch schön aus, oder? Guckt mal hier. Und ich hoffe auch jetzt, dass es nicht mehr so leckt, jetzt, weil durch die Shader hat es ja auch geleckt, wir haben jetzt, äh, 200 FPS, mit Grafikmodus schön, aber ich würde sagen, wir stellen einfach mal die Chunks wieder auf 10, dann haben wir nämlich, äh, über 400, das ist natürlich viel besser, ist ja klar, weil 10 Chunks, guckt mal, Leute, das reicht, da hinten sieht man schon die ganzen Berge, aber, ja gut, jetzt im 32er, der Foul-Texture-Pack, das finde ich auch etwas lustig, hier mal so zu spielen, und, ja, äh, heute hatte ich mit euch vor, ähm, Samen zu sammeln, also, ja, nicht schiefdenken bei Samen sammeln, bitte, aber ich werde natürlich demnächst auch nochmal Optifine installieren, weil dann ist, kann ich auch Better Crash und hier alles reinmachen, weil Better Crash sieht auch richtig geil aus, aber, liebe Freunde, ich finde auch, das hat gerade geleckt, äh, ich finde auch, dass Minecraft so auch schön aussieht, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare unten rein, natürlich, ich kann jetzt nichts dafür, wenn ich mit Shader nicht spielen kann, wenn ich mal gekickt werde, das liegt an meinem Dings, weil, irgendwie mein OpenGL zu wenig Bit oder irgendwas hat, da muss ich mal ein neues Programm installieren oder vielleicht auch ein Update machen oder so, weil, das geht so nett, oder, ja, man kann es auch so weitermachen und mir fällt gerade auf, schon was essen, weil, Leute, so ist doch Minecraft auch okay, oder? Ganz ohne alles, Minecraft, ohne Dings oder irgendwas, und draußen wird gerade wieder geschossen, und heute geht auch leider nicht so lange, weil nachher noch, ähm, eine Freundin zu Besuch kommt, ja, eine Freundin kommt noch zu Besuch, äh, so, Gruß an dieser Stelle, wenn du dieses Video siehst, so, äh, das heißt, es geht jetzt nur vielleicht so 11 Minuten rum, aber, Leute, das ist doch scheißegal, das ist doch Minecraft, also, ich kann jetzt aufnehmen bis 55, das sind dann 14 Minuten ungefähr, jetzt ist es 48, wir nehmen ja schon, wie lange nehmen wir jetzt auf, äh, Record, 3 Minuten 5, gut, ähm, jetzt auch wieder die Rauschnerdrückung, da schnell mich wieder mit OBS auf, hab's endlich wieder hingekriegt, scheiß Shadowblade da immer, Shadowblade benutzt ich nur, weil ich spiele, spiele, ähm, ähm, äh, Dings, ich gucke, ich halte auch mal Ausschau nach einem schönen, ähm, Spiel, was nix mit Minecraft zu tun hat, ähm, also ich entscheide es selbst, was ich dann spielen möchte, ihr könnt ja auch in die Kommentare mal Vorschläge machen, was man so spielen kann, äh, die Mehrheit gewinnt, die Mehrheit gewinnt, ähm, natürlich jetzt so, nicht so Spiele, wo jetzt so, was weiß ich, 1000 Folgen lang gehen, so wie Fallout oder irgendwas, weil Fallout, das spiele ich eher für mich alleine, weil so lange Projekte, das guckt ja fast keiner auf meinem Kanal dann, bei mir, bis auf Minecraft, das geht ja jetzt ganz lange Minecraft, aber, ich seh grad, hier ist kein Gras, wo ist das ganze Gras? Ich möchte rauchen, nee, Spaß, ähm, ja, da kommt nix raus, liebe Freunde, da kommt einfach eiskalt nix raus, was kennt man denn da pflanzen? Ähm, ist hier irgendwo vielleicht, äh, ein NPC-Dorf oder so? Das wäre natürlich sehr nützlich, ein NPC-Dorf, wir haben jetzt keine Minimap installiert, ich muss ja auch mal Mods installieren hier, so Minimap-Mod oder irgendwas, oder not enough Items für Crafting-Rezepte zu gucken, äh, ja, toll, das heißt dann wohl, heute wird nix mit Feld, das heißt erstmal auf Expedition gehen, das würde ich auch sagen, machen wir einfach mal, Expedition, oder? Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, ja, hier, so, jetzt sagen wir, wir nehmen nur das Nötigste mit, einmal unsere Eisenrüstung, ist ja klar, dann gehen wir hier in die Kiste und machen einfach das ganze Zeug hier rein, Das hier können wir mal schnell einschmelzen, das ist immer gute Ressourcen, äh, es ist, es sind immer gute Ressourcen, und mir fällt gerade auf, ich muss Kohle haben, Oh, alles klar, ich brauche Kohle, ja, ein bisschen Kohle nehmen wir uns mit für Fackeln, äh, ein bisschen Holz dann auch, 18 Holz, das ist gut, das sind noch zwei Fackeln, so, ein paar Sticks nehmen wir uns noch mit, das hier nehmen wir uns nicht mit, kaputte Eisenspitze auch nicht, ähm, wo ist denn unsere, wir müssen noch eine neue Spitzlage machen, Ich würde sagen, einfach, nee, eine Eisenspitze, weil wir machen ja eine Expedition, wenn wir Dias finden, das ist natürlich sehr geil, so, äh, das hier, das ist das scheiß Deckending, Goldnuggets kommen weg, äh, die Kohle nehmen wir natürlich mit, das Brot, mache ich mal hier auf diese Stelle, das hier kommt rein, Axt, ja, komm, wir können uns auch mitnehmen, hier das, so, Eisenholz, Zaunbraun, war nett, ähm, Erde, können wir immer gebrauchen, Erde, so, im Inventar, dann, noch, vielleicht, etwas zu essen, ist da noch etwas zu essen, irgendwo, du Kacke, ja, sehr schöne Voraussetzungen für etwas zu essen, ähm, hier ist noch Eisen, ich glaube, das nehmen wir auch gerade mit oben rein, Ja, wir werden unterwegs aber bestimmt was finden, bestimmt, und wo ist meine Animationen hin? Die Animationen sind gar nicht aktiviert in diesem Texture Pack, Naja, liebe Freunde, das heißt dann wohl erstmal etwas warten, ähm, ja, die sieben, ich nehme mal ein paar Eisenbachen noch mit, wenn wir so halt irgendwas craften müssen, Und, ich würde sagen, damit geht es raus, in die große weite Welt hinaus, hinaus, das hier wird dann next auch noch alles verbessert, Ohne Shader sieht es jetzt ein bisschen retro wieder aus, aber Leute, wenigstens Minecraft läuft, ich wollte Minecraft schon aufgeben, Wegen diesen Fehler, aber ich habe einfach so gedacht, komm, Minecraft, das Hauptprojekt auf diesem Kanal, Scheiß auf die Shader, scheiß auf Optifine, einfach versuchen irgendwie, das neue oben GL dann zu installieren, Und dann gehen auch die Shader bestimmt wieder, weil es gibt da irgendwelche Fix, aber ich habe ja kein Windows 7, Das funktioniert mittlerweile nur auf Windows 7, auf Windows 8 gibt es noch kein oben GL Fix, Das heißt, wir müssen noch etwas warten mit den Shadern, aber, ja, dieses Jahr kommt bestimmt noch wieder mit Shader, Hoffe ich zumindest, wenn dieses Jahr dieser oben GL für Windows 8 rauskommt, dieser Fix, Kein Bock mehr Windows 7 zu kaufen, und hier haben wir auch schon eine Höhle, aber eine sehr kleine Höhle, Ähm, ja, Expedition beginnt, liebe Freunde, ein paar Folgen jetzt mal wild durch die Welt hier laufen, Ich hätte mir auch können, gerade einen Kompass machen, ein Kompass ist, glaube ich, äh, empfehlenswert, oder? Was denkt ihr? Schreibt es, ne, schreibt es nicht in die Kommentare, Ja, vielleicht, ja, wir sind ja nicht weit zu Hause weg, vielleicht ein paar hundert Blöger, dann ist unser Haus, So, wir haben aber schon viel gebaut, Folge 52, wir haben schon viel gebaut, Und, was ich auch sagen wollte, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, Dass Hexit im Moment, äh, unterbrochen ist, wegen Launcher-Probleme, habe ich ja irgendwas gesagt, mit Error-Code 8 oder so, Wenn ich es starten möchte, das heißt, kein Multiplayer, kein Einzelspieler, gar nichts, schade drum, Ich hätte so gerne mit euch weitergespielt, aber, es wird bestimmt wieder gefixt, Bei mir wird nämlich alles gefixt, so, wir machen uns schon mal ein Dings, äh, ja, Le Kompass, wie macht man sich Le Kompass, das ist das Problem jetzt, äh, ich glaube, so, so, Ja, genau, ein Kompass, so, liebe Freunde, den behalten wir im Inventar, äh, weil der bewegt sich immer in Richtung nach Hause, Den, der ist sehr nützlich bei uns, und jetzt kann es endlich losgehen, wir gehen in die weite Welt hinaus, Wir rennen einfach ein bisschen, bis, warte mal, wir machen einfach, mal auf einfach, dann verlieren wir jetzt so viel Essen, Weil wir wollen ja ein bisschen, wenigstens ein bisschen, ähm, fach mal die Wolken an, Sieht bestimmt viel geiler aus, ja, sieht viel geiler aus mit Wolken, hier sind natürlich wenig Wolken, weil hier, äh, Dings ist, Wüste, Hier regt es ja nie, aber, ja gut, das ist jetzt 53, ich würde sagen, wir suchen uns gleich noch einen kleinen Speicherpunkt, Wo wir dann die Aufnahmen beenden, weil jetzt nur die Vorbereitungen hier, und ein bisschen quatschen, Wie immer, ihr kennt mich, und ich muss mir demnächst mal ein Dierschwert machen, fällt mir ein, Und jetzt rennst du nicht mehr zurück, nein, wir gehen jetzt einfach in die weite Welt hinaus, yay, Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach hier geradeaus, weil dann können wir uns am besten den Heimweg merken, So, aber so ein Kompass ist schon nützlich, muss ich wirklich sagen, Le Kompass ist nützlich, und hier können wir jetzt ein bisschen Gras abbauen, das ist doch schön, Da kommt auch schön was raus, auch aus dem großen Gras, und hier ist immer noch der Bug, Wenn man den abbaut, ist er kurz so eine Blumentextur manchmal, Ah, der Bug ist wieder zurück, mein, äh, liebe Minecraft-Freundin, der 1.8.9, Ich spiele jetzt in der 1.8.9, wenn ihr die 1.9 wollt, dann schreibt es in die Kommentare, Das heißt, dann streamen wir in der 1.9 weiter, aber dann werden vielleicht die Dings dran glauben müssen, Die Items, das heißt, da sind die Items alle weg, Naja, ich glaube in der 1.8 ist es doch schön, weiter zu spielen, Weil die 1.9, das ist ja auch angeblich das schlechteste Update, das jetzt je rauskam, Laut Chip Online, das ist das schlechteste Update, das hier rauskam, finde ich jetzt eher so nett, Weil, oh, hier ist ein kleiner See, schön, ja, das geht schon warten, Okay, ähm, es wird Nacht, oder? Ja, toll, es wird Nacht, Ich würde sagen, wir stellen die Helligkeit auf 50, so, dann seht ihr auch ein bisschen mehr, so, Ähm, gut, ich würde sagen, auf diesem Baum hier beende ich diese Aufnahme von Let's Play Minecraft, Ich muss jetzt losfahren, ähm, eine Freundin abholen, und, ja, wenn es euch gefallen hat, Lasst euch einen Daumen nach oben da und wie immer, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Ciao, euer SashiLP, haut rein, ciao.